Ein antikes Bollwerk zieht sich durch Europa. Quer durch Nordengland und Schottland. Ein Luftschiff soll bei der Erforschung helfen. Den Rhein entlang sicherten Kriegsschiffe die Flussgrenzen, an denen blühende Siedlungen entstanden. Südlich von Bonn. Ab hier teilte eine 550 Kilometer lange Barriere Germanien. Die Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem Barbaricum de Limes. Wissenschaftler versuchen mit Hightech und Fantasie, das Geheimnis der fast 2000 Jahre alten Sperranlage zu enträtseln. Wozu diente der Grenzfall gegen die Barbaren wirklich? Aus der Grenze von Kiffner Aus der Grenze von Kiffner Aus das ein, das in der Grenze von Kiffner Aus das Oboll Aus der Grenze von Kiffner Geräusch ist noch ein bisschen, was er schafft. Hier ist es höher, das ist es nicht höher. Hier ist es höher. Hier ist es hier. Also geht es hier, oder nicht? Wenn es hier ein Quadrat ist... Nein, aber das, was Dürr ist, kann es sein, für einen Schlauch, vielleicht ein Postament. Nein, wir haben einen Schlauch. Das ist richtig. Aber er ist nicht so wichtig. Das ist so wichtig. Ich werde das wieder auf die Schleifache auf dem Weg gehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.